so leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge zusammen mit den üblichen verdächtigen mal auch dem üblichen juli das hätten der vor mir gemacht da habe ich eine sekunde dahin geguckt und plötzlich bin ich erst da kann man nach hinten gucken ja mit einem der joysticks nach hinten nach unten was mit dem rechter timme ist dabei auch noch ach du mal kurz zu kommt und berlin kommt auch von hinten und fremds auch dann beschleunigt diese scheißkarre nicht da vorne kommt da vorne kommt chaos ja ja wer fährt denn da mit dem bus tomade tomade machen genau so gehört sich julie person oder kriegst zurück alle zehn runden jawohl so also wer ist denn da so rumgepackt bei eric bei juli ich bin immer wieder weg hier weil er hat aber dann machen weg dankeschön nee tomade muss nico weg machen ja jetzt ist wieder einer vor mir eric ich riech deine abgase richtig gut alter mal oh eric fährt die kurve aber auch gut man oh eric ich riech deine abgase noch viel mehr jetzt oh gott da kommt eine kurve jawohl nico nimm das mal alles mit oh gott da kommt ja ne kurve wie du rübeln oh eric eric sieh riechst du es schon ich riech gar nix scheiße tomade haha sehr gut ja das schön wir wollen das outpitten leider oh man au tomade macht alles richtig ich weiß nicht was du hast ja juli du warst auch mal erster hergelegt halt die schnauze mal ist der einzige ausgestiegen ist bisher übrigens ja der liegt hier wie so ein affe ausgestiegen ja oh gott oh gott eric der floh alter was macht ihr hier mit mir ich bin kein dominostein was für ein floh ich bin doch kein dominostein mann ja alter beefsack ist hinter mir oh ha da vorne mit sich oh danke edel ja da fahrt ich kann doch bedanker die da und die zwei da vorne mitnehmen aber können oder können die einfach noch übelten was mache ich hier eigentlich das brauche ich auch da täglich halt ich muss noch eine ganze runde fahren ja schon das ist doch hallo so dritter immerhin und geht da vorne ab bürger hat ja richtig mit seinem super wenn diesen dlc oder dc ist ja wagen verfolgen wen kann man denn noch hier verfolgen leon leon und drin ja natürlich ja wohl erst mal gucken wie der nächste platz ist ja so elfter gott das eine kurve und einer an sich 19 auffahrt das weg mit der die die fahrbahn ist nicht wirklich breit hier das macht in der einen trail hat mir ein hat mich 79 alle leute mit dem großen fall sollte man auch ruhig abbremsen nein wo aus dem weg ja ich fahr mal langweilig ich habe einen dauervibrator gerade hier es gibt auch nicht dauervibrator also leute ich bin doch die strecke vor ihm gefahren wieso kann ich jetzt nicht ja keine ahnung ja was war denn das denn leon ich habe einen fremy von hier ich muss rückwärts fahren komm jetzt gib Gas du Drecksautomann Alter hört doch auf mich zu drehen du Arschwigsgrüppel das war zu früh nein boah war das schlecht jetzt ja sie juckt wie viele seiten hier gerade ich bin direkt ja das weiß ich das sehe ich ich war mal ich war mal dritter aber dann hat mein controller gesagt und jetzt sagt mein auto das rutscht wie auf eis hier es ist auch bett und wir haben den gleichen war unser unseres eher für matsch nico weil er hat ja auch diese diese räder für matsch ja und probleme ich hab nur noch das mal knapp und ich habe 69 und ich habe zwei und ich bin ja wohl so gehört sich er fährt den selben wagen als wieviel seit jenen so gestartet juni 19 ich bin gestartet als fünfter ich bin als 2 gestartet wir können nicht beide von der gleichen position gestartet sein du hält du bist ritter gewesen du warst rechts neben mir du warst viertel ich war fünfter weil ich in der mitte stand in der zweiten reihe nicht verfügbar ich sag das ist das so korrekt dann erst recht nicht wenn ihr euch streitet ich war fünfter ganz klar ja nee du warst erster okay ich glaube das lied ist nicht immer frei was gerade bei mir läuft es ist aber einer nicht bereit ja nicht bevor alle aber bevor die vor eine bestimmte anzahl ist das eine der neun ich lenke nach rechts das auto fährt nach links was ist denn jetzt schon wieder los was war jetzt das schon wieder für eine verarsche auto ich lenke nach rechts das wird nach links hallo meine fest das schon wieder der spaß mit seiner rakete auf dem dach jeder heute geht ihr mir hier auf sagt man also halte ich schon bis morgen früh frei als gutes ich habe zweist das kennen schon ein scheld ich habe schon ein ausgedacht ja also ich bin auch heute in der hausweite eineinhalb stunden ungefähr bloß hey nico bist du da vor mir nein nein und jetzt durch start und ziel Nein! Nein! Da wurde Miko, aber ach du Scheiße! Genau, jetzt wurde ach du Scheiße. Da kommt einer... Was bist du eigentlich für ein Huren-Spaß-Team, Mann? Scheiß-behinderte Queen, ey. Jawoll, endlich. Oh, Alter. Das war jetzt aber keine Stackelein. Da ist schon wieder der Huren-Bock mit seiner Rakete auf dem Dach, Mann. Lass mich doch in Ruhe, Mann! Oh, der Terminator, der wird jetzt so von der Map weggefickt. Komm her. Terminiere. Oh Gott! Alter, Auto. Jetzt, pass auf, pass auf. Warum ist der so schnell? Das ist eine Wand! So, jetzt habe ich dich. Ach, du Huren-Sinn. Alter! Ja. Was bist du für ein hässliches Spastikind. Ah, ja. Ich sehe schon keine Monetarisierung. Ja, aber bei so einem Deppen, Alter, da gibt es keine anderen Worte mehr. Terminator hat beendet, Alter. Was bist du eigentlich für ein hässliches Spastikind, Mann? Ich wollte noch hier gegen die... Als ob da ist einer gespawnt, Mann. Was? Ich bin demoliert? Was? Ich bin demoliert? Kann nicht sein. Blöd. Ich bin doch fast gegen eine Mauer gefahren. Ey, Frames. Ja. Wie wäre es mal, wenn du auch aufnehmen würdest? Ich? Ja? Ja. Alter. Beim nächsten Mal. Mal nächsten Mal. Warum bewegt sich ein totes Auto? Weil es rollt. Ja. Es hat Räder. Ja, aber es ist tot. Ah. Nein, es ist nicht tot. Ein Auto ist gegen die Wände. Oh. Äh, Juli. Was? Ciao, Juli. Ja, was macht dieses scheiß Auto, Mann? Ich habe keinen Bock mehr gehabt. Dann fahre ich halt gegen die Richtung. Er scheint falsch rumfahren. Ja, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Deshalb habe ich umgedreht. Ah, ja. Frems hat beendet? Ähm, ja. Ich komme gleich wieder rein. Äh, wenn da noch Platz auf uns dabei ist. Man kicken auf irgendwen. Hä, wie? Zum Beispiel ist ein komischer Juli. Ja. Wir müssen immer noch It's Bernie Votetkicken. Wie mache ich das? Slash Votetkick? Nein. Leon, wie macht man das? Rechtsklick auf den Votetkicken. Boah, Leute. Los geht's. Ja, deswegen kommt Fremi nach Hause nochmal, oder? Ne. Ne, ich bin neben Erik. Ich bin neben Tomate almost und hinter die gefliktig Tomate. Ach, da ist der mit der Rakete. Was ging denn da ab? Alter. Alter. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, jawoll. Das geht hier alles ab. Alter. Alter, die Map kenn ich ja gar nicht. Was ist das denn? Die hätt ich aber schon gefahren. Brauch ich gar nicht sagen, es war schon ein paar Mal gefahren. Ja, ja. Alter, was mach ich denn? Ja, ist bei uns auch immer. Hä, warum nicht B zurücksetzen? Keine Ahnung. Ja, oh. Nee, A oder X oder so. Oh, andere Seite. B ist der... Was ist B? B ist Driften. Also Handbremse. Es gibt ne Handbremse? Ja. Oh, geil. Brems hat nen Platz gekriegt. Aua, Hua, so'n Spaß. Alter, wer ist denn da geflogen? Echt? Ja, weil der Spaß mit seinem scheiß LKW mich gekriegt hat. Wer zurecht. Alter. Ooooooh. Cool. Hä? Was ist denn das jetzt für ne Verarsche, Alter? Haha. Zurecht. Aaaaaaah. Da war eine vor mir. Da war eine vor mir. Da war eine vor mir gegen den wollte ich fahren. Dann wird der ausgegraut. Ja. Und dann fahr ich da voll gegen den Ding. Was ist das denn? Ich bin ein Verarsche. Ja, weil er sie zurücksetzt. Sehr gut. Ja, Alter. Oh. Hallo, Juli. Alter, es geht aber echt ab hier, wenn man ein paar Leute hat. Eierentumat ist hinter mir doll. Wie viele seid ihr so? Two. Ah ja. Genau. Oder das denn? Und bei wem war das? ich sehe nicht in der lkw hinter mir fährt da haben wir noch die frage wieviel denn hier so 20 19 ist der beste fahrer leon was denn ich habe den lkw auch gepflegt kriegte ich du scheiß drecks lkw konge aus dem weg aber was bist du eigentlich für ein hässliches hurenkind alter ball von aber ich kann nicht christen kann auch noch hohe alle so ich versuche es einfach nur ein band kassieren ist mir scheißegal entgegen auf den nächsten server Ich bin ja froh, als wäre es irgendwann mein eigenes Trevabin, ganz ehrlich. Alle Juli! Hätte ich mir eigentlich schon denken können. Du! Selber hässliches Hurenkind. Oh Gott! Auto, 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 Auto! Mit vier Rädern sind sie gerade. Ja, die gibt es ein paar Mal. Leon! Also f*** ich fette zu, also. Jodi, wo fährst du hin? Ich hab keine Ahnung. Das ist nichts Neues. Äh, ich drück links das Autofährtchen wieder nach rechts. Alles klar. Hallo Erik! Weg mit dir, warte! Alter, was macht ein Tomate? Tomate f***! Hä? Tomate ist fast zwei Minuten hinter mir. Was? Ach, Leute, der fährt rückwärts. Alter, ist der LKW tot. Erik, 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 Erik! Ciao, Nico! Lass mich! Jo, Alter, ich hab noch nie B benutzt zum Triften. Holy shit! Oh oh. Oh Gott! 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 Wieso werd ich jetzt da gedreht? Hä? Hä? Versteh' ich nicht. Naja, 15. Alter! Nächstes D... Hässlinges Huchen! Oh Gott! Ja. Pass auf, wie voll es gleich wird. Ach du scheiße! Hä? Ich steh' in die falsche Richtung. Erstmal rückwärts fahren. Erstmal rückwärts fahren. Erstmal rückwärts fahren. Wöh. Hä? Nein, mein Gedanke, ey. Boah! Nein, Leon! Ich wollte auf Nico! Ne, Juli! Ne, 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 ne! Warte, ich hab nicht, ich hab nicht gelesen. Ist das, ist das Punkte sammeln und ist das Zerstörung? weil es gibt ja auch noch es gibt ja noch die das ding wo man einfach ja 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 wohl heute wird doch auf mich zu drehen ich habe nur noch 40 hp ja das ist ja der hätte ich drehen er war im auto deutlich größer als 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 bus oder wat von der von der kraft jetzt kommt aber noch die kraft ansetzt du hält jetzt habe ich hier geschenkt ist das zum kurzen 3hp 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 ok demoliert ja sehr schön position 3 sind auch ich muss mir auch irgendwie den battle booster holen der ist geil ja da so gewonnen hat pelle ok aber leute das war's für diese folge weg fest schon beim nächsten mal wieder ein bis dahin tschüss tschüss